Zum WM-Auftakt fegten die Russen die Saudis mit 5 zu 0 vom Platz. In Deutschland herrschte bestes Fußballwetter. Berlin, und wenn unsere Jungs am Sonntag 17 Uhr gegen Mexiko antreten? Da droht eine Gewitterfront Deutschland in zwei Hälften zu teilen. Besonders schlimm soll es den Osten treffen. Das Wochenende bringt zwar vielerorts sommerliche Temperaturen, aber ausgerechnet zum ersten Spiel unsere elf drohen im Osten teils heftige Schauer und Gewitter. Und so sieht das Gebakel auf der Karte aus. Wetterlage am Sonntagnachmittag, die roten Symbole bedeuten Gewitter möglich Foto, Wetter.net Diplom Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net warnt, bei den vielen geplanten Open-Air-Veranstaltungen mit Public Viewing kann das in der Osthälfte regional gefährlich werden. Jung weiter, nur ein paar Schauer wären kein großes Problem, aber es werden sich zum Teil kräftige Gewitter bilden und die bringen gefährliche Blitze. Der Westen sei dabei außen vor. Dort werde es eher ruhig und nur selten könne es mal einen Schauer geben, so Jung. Aber nicht nur im Osten sei Vorsicht geboten, von der Ostsee bis in den Süden von Bayern und Baden-Württemberg sollten Besucher und Veranstalter den Himmel immer gut im Blick haben, um nicht von einem kräftigen Gewitter überrascht zu werden. Tief Alana verdirbt am Sonntag wohl vielen Fußballfans die Stimmung, Archiv Foto Foto, Picture Alliance Deutsche Presse Agentur Notfalls muss man das Open-Air-Public Viewing auch schnell abbrechen können erklärt Meteorologe Dominik Jung. Info. Bild.dei Auswahl, Änderungen vorbehalten Diplom Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor, die Temperaturen liegen im Osten zwischen 23 und 27 Grad. Im Westen nur bei knapp 20 Grad, dafür bleibt es dort überwiegend trocken. Freitag, 20 bis 26 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, Nachmittags kurze Schauer möglich Samstag, 22 bis 27 Grad, überwiegend freundlich, nur im Norden örtlich Schauer Sonntag, 20 bis 27 Grad, im Osten am Nachmittag Gewittergefahr, nach Westen oftmals freundlich, seltene und harmlose Schauer insgesamt wird es in der kommenden Woche recht sommerlich. Am Mittwoch sind in der Mitte und im Süden rund 30 Grad möglich, sagte Schmidt zu Bild.Montag, 21 bis 27 Grad, freundlich, nachmittags geringes Schauer-Risikodienstag, 22 bis 28 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, weitgehend trocken Mittwoch, 24 bis 31 Grad, mal Sonne, mal Wolken, nachmittags nur selten Schauer oder Gewitter Donnerstag, 22 bis 32 Grad, mal mehr, mal weniger Sonne, lokal einzelne Schauer und Gewitter Freitag, 23 bis 30 Grad, wechselhafter Mix aus Sonne und Wolken, nachmittags lokal Schauer Samstag, 17 bis 25 Grad, erst freundlich, später einzelne Schauer möglich Sonntag, 23 bis 28 Grad, Mal Sonne, mal Wolken, kurze Schauer-Ups, sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild.News